Wir unterbrechen das Programm für eine Sondermeldung. Ja, ihr habt richtig gehört, der Raspberry Pi 5 ist da. Und zwar mit einigen interessanten Neuerungen, die viele von euch sicher freuen werden. Darunter mehr Leistung, PCI Express und einiges mehr. Aber Moment mal, das Jahr ist noch nicht mal rum. Nicht nur ihr seid überrascht, ich verfolge das Thema ja schon eine ganze Weile. Bisher war der offizielle Stand, dass man in der ersten Jahreshälfte 2023 erstmal die Lieferfähigkeit wiederherstellen möchte. Was ja auch gelang, seit Juli hat sich das schrittweise wieder normalisiert. Die zweite Jahreshälfte wollte man mit der Planung neuer Hardware verbringen, die dann frühestens 2024 erscheinen würde. Noch bis vor wenigen Wochen bestätigte Iben Abton das in einem Interview und ließ sogar offen, für welches Modell ein Nachfolger erscheinen könnte. Nun lief alles offensichtlich viel schneller als gedacht und es gibt viele positive Neuigkeiten, die wir uns jetzt im Folgenden zusammen anschauen. Eine der größten Neuigkeiten ist der Prozessor, also das Herzstück. Ein 2018 vorgestellter AM Cortex A76 CPU wurde eingebaut. Er besitzt vier Kerne mit jeweils 2,4 GHz Taktfrequenz und steckt im Broadcom BCM2712 System on a Chip. Zum Vergleich beim Raspberry Pi 4, da ist es der BCM2711, ebenfalls mit vier Kern, ursprünglich war er mit 1,5 GHz getaktet, später wurde er offiziell auf 1,8 GHz übertaktet. Der A76 enthält außerdem kryptografische Erweiterungen, das heißt beim Verschlüsseln und Entschlüsseln ist ebenfalls ein deutlicher Performancegewinn zu erwarten. Ebenfalls verbaut ist ein VideoCore 7 Grafikprozessor mit quelloffenen Mesa-Treibern. Auch er ist leistungsfähiger geworden, wodurch man laut Abton nun zwei 4K-Bildschirme mit 60 Frames per Second, also 60 Bilder pro Sekunde, nutzen können soll. Das ging bisher auch schon mit dem 4er, aber nur auf einem Bildschirm. Wer zwei Bildschirme anschließen wollte, musste er auf 30 Bilder pro Sekunde runter. Laut Ebenabton soll sich die Prozessor- und Grafikleistung um Faktor 2 bis 3 erhöhen, die Speicher- und I-O-Bahnbreite verdoppeln. Durch das modernere Fertigungsverfahren von 16nm statt wie bisher 28nm ist der Prozessor nicht nur schneller, sondern auch effizienter. Der Pi 5 soll daher bei gleicher Tätigkeit deutlich weniger Strom und damit auch Abwärme generieren als sein Vorgänger. Zeitgleich wird aber ein neues Netzteil mit 5 Volt und satten 5 Ampere vorgestellt, also deutlich mehr als das bisherige offizielle USB-Pi 4 Netzteil mit 3 Ampere. Wie geht das zusammen? Der schnellere neue Prozessor braucht bei Lastspitzen daher etwas mehr. Es sind bis zu 12 Watt im Vergleich zu den 8 Watt des Raspberry Pi 4. Aber es gibt auch andere Gründe, zum Beispiel die eingebaute PCI Express 2.0-Schnittstelle. Auch wenn nicht jeder alles nutzt, muss es hier genügend Reserven geben, dass wenn man zum Beispiel eine M.2 SSD betreibt, damit die von dem Netzteil mit Strom versorgt werden kann. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht zwingend ein neues Netzteil kaufen. Ihr könnt auch weiterhin das alte 3 Ampere Netzteil weiterverwenden, dann wird aber die Stromstärke bei den USB-Anschlüssen von der Firmware reduziert. Dort sind dann bloß noch 0,6 statt 1,2 Ampere verfügbar. Für Mäuse, Tastaturen und andere Geräte mit geringem Stromverbrauch ist das gar kein Problem. Anders sieht es mit Geräten wie zum Beispiel externen Festplatten aus. Gerade hier brauchen die Motoren zum Anlaufen viel Energie, das klappt dann möglicherweise mit dem alten Netzteil nicht immer. Weitere Performance-Verbesserungen gibt es durch eine modularere Architektur. Statt einem großen Chip möchte man dessen Aufgaben in mehrere kleinere aufteilen, die sogenannten Chiplets. Konkret gibt es also jetzt mehr eigene Chips für bestimmte Funktionen, die zuvor woanders, also meist im System on a Chip, integriert waren. Erstmals hat der Raspberry Pi 5 mit dem RP1 einen eigenen IO-Controller. Er übernimmt einige Schnittstellen wie zum Beispiel USB und Ethernet. Dadurch soll sich die USB 3.0-Geschwindigkeit nahezu verdoppeln. RP1 ist ein großes Projekt, an dem die Raspberry Pi Organisation schon seit 2016 arbeitet und insgesamt 15 Millionen US-Dollar investiert hat. Trotzdem ist bislang relativ wenig davon bekannt, das soll sich aber in Zukunft noch ändern. Die Platine sieht dem Raspberry Pi 4 ziemlich ähnlich, doch das Layout ist nicht komplett gleich geblieben. Die RJ45 Netzwerkbuchse wurde mit den USB-Ports vertauscht. Die Reihenfolge ist damit wieder identisch wie beim Raspberry Pi 3. Mit dem Raspberry Pi 4 wurde sie nämlich vertauscht, also Ethernet hinter die GPIOs und nun wieder zurückgetauscht. Beim Raspberry Pi 5 haben wir also wieder die USB-Schnittstellen hinter der GPIO-Leiste. Schon deswegen lässt sich bestehendes Zubehör, wie zum Beispiel Gehäuse, also nicht ohne weiteres für den Raspberry Pi 5 weiterverwenden. Manche Neuerungen liegen im Detail und die sieht man gar nicht auf den ersten Blick, zum Beispiel den Einschaltknopf. Den haben sich einige gewünscht und nun gibt es einen kleinen Taster gegenüber von der Netzwerkschnittstelle. Damit kann man den Pi einschalten und auch sauber herunterfahren, wenn er bereits läuft. Doch es wurden auch Sachen entfernt, das passiert beim Pi ziemlich selten. Dieses Mal hat es die 3,5 Zoll Klinkenbuchse getroffen. Dort konnte man analoge Audiogeräte anschließen, zum Beispiel Kopfhörer. Die Anschlüsse auf dem Board sind weiterhin vorhanden, sodass man selbst etwas anlöten könnte. Primär ging es nämlich darum Platz zu sparen. Statt der Klinkenbuchse gibt es nun eine zweite MEPI-Schnittstelle. Daran könnt ihr Kameras oder Bildschirme anschließen. Auch beides zusammen ist möglich, zum Beispiel eine Kamera mit einem Bildschirm. Der Anschluss wurde aber auf ein dichteres Pin-Layout geändert. Für bestehendes Zubehör sind also Adapterkabel notwendig. Das neue Format wird Mini genannt und das alte Standard. Die Adapterkabel gibt es in verschiedenen Längen für 1 bis 3 Dollar pro Stück. Außerdem gibt es nun eine eigene U-Art-Buchse zwischen den zwei Micro-HDMI-Anschlüssen für Bildschirme. Fast schon revolutionär, PCI Express 2.0. Im x86-Bereich gibt es das seit 20 Jahren, zum Beispiel für Grafikkarten und andere Erweiterungskarten. Durch die hohe Geschwindigkeit kann man dort auch SSDs anbinden. Und damit ist jetzt der Weg frei für entsprechende Heads, die man oben aufsetzt, um zum Beispiel M.2-SSDs mit dem Raspberry Pi direkt verwenden zu können. Eine robustere und schnellere Alternative zu den umstrittenen Speicherkarten, die wird ja schon lange gefordert. Nun ist das möglich und es wird 2024 sogar ein M.2-Head geben, damit man dort SSDs auf dem Pi anschließen kann. Bisher ging das nur über Umwege mit USB, mit externen SSDs oder Festplatten, aber hier leidet die Geschwindigkeit und man kann das Ganze nicht so gut verbauen. Der Micro-SD-Slot, der verschwindet aber nicht. Er bleibt weiterhin auf der Unterseite und ist das Standard-Medium für das Betriebssystem. Die Performance soll nun doppelt so schnell sein, zwar immer noch weit weg von den Geschwindigkeiten der SSDs, aber trotzdem positiv. Passend zum Raspberry Pi gibt es überarbeitetes bzw. neues Zubehör. Neu ist ein offizielles Kit zur Kühlung mit Lüfter. Das Gehäuse wurde dafür angepasst, damit diese aktive Kühlung dort auch eingebaut werden kann. Der Pi 5 muss aber nicht zwingend aktiv gekühlt werden. Er sei weiterhin darauf ausgelegt, damit man typische Anwendungsfälle ohne aktive Kühlung damit durchführen kann. Die Kühlung sei eher für Power-Nutzer gedacht, die ihn ausreizen möchten. Ein kleines Detail am Rande, man kann den Pi nun ins Gehäuse einbauen, ohne vorher die Speicherkarte entfernen zu müssen. Ein neuer Power-Chip bringt zudem eine Echtzeituhr mit. Das Thema hatten wir schon mal im Forum. Im Gegensatz zu x86 PCs hat der Pi keine Echtzeituhr, das heißt er bezieht Datum und Uhrzeit nur über das Netzwerk. Wird er ohne Netzwerk betrieben und verliert die Stromversorgung, dann sind Datum und Uhrzeit falsch. Bisher konnte man das nur über eine externe Hardware-Uhr lösen, die wiederum mit einer Batterie versorgt wird. Im Raspberry Pi 5 ist eine Echtzeituhr integriert. Ihr müsst also nur für 5 Dollar einen kleinen Akku kaufen, der diese Uhr mit Strom versorgt, damit Datum und Uhrzeit unabhängig vom Netzwerk immer stimmen. Zusammen mit dem M2-Head ist 2024 auch ein PoE-Head geplant. Über Power over Ethernet kann man den Pi über das Netzwerkkabel mit Strom und Netzwerk versorgen. Das habe ich schon mal in einem eigenen Beitrag gezeigt. In dem hatte ich einen externen Adapter genutzt, der Netzwerk und Stromversorgung dann wieder auftrennt für den Pi. Mit dem Head braucht ihr das nicht, dann könnt ihr direkt das Netzwerkkabel anstecken. Parallel zum Raspberry Pi 5 wird bereits am nächsten Raspberry Pi OS gearbeitet. Es wird auf dem aktuellen Debian 12 AK Bookworm basieren. Das habe ich euch bereits im Juni 2023 in einem eigenen Beitrag vorgestellt. In der Reihe an Verbesserungen sind angekündigt, das Highlight soll der Wechsel von X11 zu Wayland sein. X11 kümmert sich um das Anzeigen und Steuern von grafischen Fenstern, das heißt, wenn ihr auf dem Desktop Programme startet. Seit Jahrzehnten ist oder war das der Standard für alle Unix-ähnlichen Betriebssysteme und damit auch Linux. Weil X11 zunehmend an seine Grenzen stößt, etabliert sich Wayland als modernere Alternative. Dafür müssen aber viele Programme angepasst werden, daher vollzieht sich der Wechsel nur langsam. Geplant ist, das Raspberry Pi OS 12 Mitte Oktober vorzustellen. Es ist das erste offizielle Betriebssystem für den Raspberry Pi 5, wird aber auch für den Vorgänger Raspberry Pi 4 angeboten. Die offiziellen Preise für den Raspberry Pi 5 liegen bei 60 US-Dollar für die 4 GB Variante und 80 Dollar für die mit 8 GB Arbeitsspeicher. Als Privatperson könnt ihr die aber nicht 1 zu 1 umrechnen, sie enthalten keine Steuern und Versandkosten. Man kann aber schon abschätzen, dass der Raspberry Pi 5 voraussichtlich nicht allzu viel teurer sein wird, wie der derzeitige Raspberry Pi 4. Erste Shops haben ihn schon mit einem Preis gelistet, hier zum Beispiel 72,90 Euro für die 4 GB Variante. Zu weiteren Editionen mit weniger Arbeitsspeicher ist bisher nichts bekannt. Dass es die aber wahrscheinlich geben wird, verrät eine weitere Erneuerung. Auf dem Raspberry Pi, also auf der Platine, gibt es ab sofort ein neues Feld, wo man sehen kann, wie viel Arbeitsspeicher der hat. Eine sehr nützliche Idee. Ich hatte auch schon das Problem, dass ich nicht genau wusste, wie viel Arbeitsspeicher hat ein Pi und ich ihn dafür erst starten musste. Da hier auch 1 und 2 GB aufgelistet sind, gibt es also wahrscheinlich die gleichen Editionen wie beim Raspberry Pi 4 und mit den kleinsten werden wir wieder in Richtung der ursprünglichen 35 US-Dollar kommen. Eine weitere Überraschung ist das Erscheinungsdatum. Er ist zwar noch nicht verfügbar. Ja, das ist tatsächlich eine Vorankündigung, die es auch schon lange beim Raspberry Pi nicht mehr gab. Doch es dauert nicht mehr lange. Ab Ende Oktober 2023 soll man ihn kaufen können. Ebenfalls eine interessante Neuerung. Bis Ende 2023 sollen alle Raspberry Pi 5 für Privatkunden reserviert werden. Bisher lieferte man ja beim 4er einen Teil an Privatkunden aus, jedoch mit Bevorzugung von Unternehmen, was auch ein Grund oder Mitgrund war, warum die so lange schlecht verfügbar waren. Ein erheblicher Teil ging nämlich immer an die Firmenkunden. Das brachte viel Kritik ein und anscheinend hat man sich das zu Herzen genommen und möchte nun zumindest für eine Zeit lang Privatkunden bevorzugen. Die Kommunikation finde ich nicht so ganz geglückt. Selbst wenige Wochen vorher machte Iben Abden noch ein großes Geheimnis darum, obwohl er zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich schon längst daran gearbeitet wurde. Gerade weil hier so viel Arbeit reingeflossen ist, wäre es denke ich im Sinne von der Community gewesen, vorab schon mal zu kommunizieren, was man macht, was man vorhat und wie da eben so die Zukunftspläne sind. Rein inhaltlich sind es viele positive Neuigkeiten, sowohl vom Raspberry Pi 5 selbst, als auch von Themen wie zum Beispiel den Raspberry Pi OS, die ja auch den Vorgänger betreffen. Nach allem was bekannt ist, wird der Raspberry Pi 5 wohl keine neuen Rekorde brechen, aber er holt auf und baut Dinge ein, die schon seit längerer Zeit von vielen Menschen vorgeschlagen wurden. Es könnte durchaus ein würdiger Nachfolger für den Raspberry Pi 4 werden. Ich werde weiterhin dranbleiben, aber denkt dran, es muss oft nicht zwingend ein Raspberry Pi sein. Es gibt verschiedene Alternativen, die teils mindestens gleichwertig oder sogar besser geeignet sind, je nach Anwendungszweck. Dazu habe ich schon verschiedene Beiträge gemacht und auch schon ein paar Geräte getestet. Damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.